Das ist eine sehr wiesölle Nation. Aber abgesehen davon, die Ukrainer sind da immer positiv eingestellt. Ja, wir glauben trotzdem, dass alles in uns funktioniert. Aber wir haben die Menschen nicht mehr gekündigt. Aber das Verständnis, dass alles gut ist, ist für uns national. Ja, also diese... Ja, also die Ukrainer sind wirklich berühmt, weil sie immer nur an die gute Zeiten glauben. Die hoffen immer und sagen, es wird trotzdem alles gut. Da können sich die Deutschen mal ein Beispiel machen. Wenn die Deutschen mal ein Beispiel machen können, können wir lernen. Gibt es bei Ihnen auch eine Jugendkundsschule? Gibt es bei Ihnen auch so, als Sie eine Jugendkundsschule? Ja, es gibt eine Schule, denn hier ist ein Schule. Ich habe in der Präsentation gehört, ich habe nachher gesehen, ich habe nachher gesehen, und habe zuerst alles, was Sie gesagt haben. Aber bei uns gibt es eine Unterschiede. Wir sind in der Präsentation. Wir haben ja auch die Powerpoint gesehen, und da gibt es große Unterschiede mit der Ukraina? Ich verstehe, dass viele Schulen, die mit Kunst haben, sind aus eigenem Charakter. Musikliche, die Kunstschulen, sind aus eigenem Charakter. Wir haben gestern besprochen, dass die Musikschulen, Theaterschulen, Kunstschulen in Deutschland, die sind nicht unbedingt von der Stadt gefördert. Man hat ja ganz viele private Schulen. Wir haben 8 Musikschulen in Saporizja. Ja, also es gibt 8 Musikschulen in Saporizja und die werden alle von der Stadt unterstützt. Ja, also nach dem Abschluss dieser Schule bekommt ein Kind wirklich so ein Diploma, dass er jetzt professionell... Ja. Aber das gibt es nicht. Es gibt private Schulen, sie sind auch viele, aber es ist nur ein Krupp, 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 es ist nur ein Krupp. Also wichtig ist, dass diese Diplomas, die sind dann anerkannt. Das heißt also, wenn man dann weiterhin in einer Musikschule arbeiten will oder unterrichten will, dann braucht man diese anerkanntes Diploma. Es gibt auch private Schulen oder solche... Da sind ja keine Schulen, sondern so eine Vereine sozusagen, wo man wirklich mal in den Fuß fassen kann, okay, ob das jetzt dem Kind passt oder nicht, aber danach, also mit dem Abschluss oder sowas geht man nichts. Ja, das ist ja... Kroめ dieses, ja... wir haben noch vier Mänschäfte der Schulen von Kunst. Ja, Kunstschulen auch. In den Schulen von Kunstschulen, es gibt auch kreativische und kreativische, es gibt auch kreativische, es gibt auch kreativische, es gibt auch kreativische. Ja, und in den Schulen kann man sich auch profilieren lassen. Und dans die Schulen kann man sich auch profilieren lassen, also, man wählt dann einfach die Hauptschule. Da ist ja. Ja. Ja, 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 ja. Also, und die eine Kunstschule, die... ja, das ist ja, wie gesagt, das sind ja so wie Fachhochschule vielleicht in Deutschland, also, man kann ja das vergleichen so ein bisschen. Das ist ein Beruf, ja, das ist schon... wenn die Kinder, Nach dem Schluss haben sie das erst in der Schule gemacht. Das ist ja, aber es ist ja. Und die Begründung in diese Schule sind einfach in diese Schule. Alle stören zu kommen in die государische Schule. Das ist sehr gut. Wenn ein Kind professionell занимается, wenn es alles auf der Schule geht, dann kann er auch in diese Schule Ja, also und es ist natürlich sehr wichtig für die Kinder, die dann sich weiterentwickeln wollen in dem Bereich, also im Theater, Musik oder Kunst, die brauchen wirklich diese staatlichen, äh, die Schulen, ähm, also staatliche Schulen oder kommunale, kommunale Schulen, die müssen sie besuchen, weil, ähm, weiter, wenn man zum Beispiel so an der Universität studieren möchte oder an einer Kunstschule, man braucht wirklich diese Diploma, ne, und keine andere, man kommt ja, aus der privaten Schule kommt man, äh, wie gesagt, hat man nichts, also kann man nicht nachweisen, dass er... Ja, oder? der unterschied ist auch dass die lehrer in den privaten schulen die sind also da trifft man nicht so streng was für eine ausbildung und da können zum beispiel auch die die lehrer unterrichten die eigentlich aus anderen ländern kommen sowieso nichts nachweisung und die diese kommunale schulen da schaut man genau hin und es ist eigentlich dieses schulsystem die sind ja auch ein teil von schulsystem schulpolitik in der ukraine und das heißt diese lehrer müssen zum beispiel nach je also nach vier jahren immer entweder weiterbildung oder eine neue ausbildung starten und dann die werden regelmäßig geprüft und genau also deswegen daraus muss eigentlich auch eine qualität kommen ja eine bestimmte qualität weil unsere jugendkundschule ist ja auch immer interessiert also auch kontakte zu anderen zu finden oder du möchtest noch was dazu von gestern von der präsentation vielleicht zu verstehen dass wir keine schule sind in dem sinne dass wir benoten oder einen abschluss erreichen sondern dass wir das fördern als die begabung fördern um dann für das studium auf also das mitzugeben das zu fördern was an techniken da ist aber eben keine bewertung vornehmen das ist ganz anders als bei ihnen jetzt noch eine breitung zwischen unserer школen und dieser школen auch hier in Magdeburg заключается в том что дети здесь не получают оценки они готовятся они изучают техники они учатся работать с материалом но их цель этой школы не подготовить специалиста а просто подготовить детей к дальнейшему обучению без стресса без какого-то соревновательного духа просто чтобы им было интересно заниматься этим они могут попробовать себя в разных сферах решить о чем они занимаются дальше тонкие психологические ein bisschen freier aber was wir uns wünschen würden für die Zukunft wäre ein Austausch von Ausstellung eine Werkschau hier von ihnen eine Werkschau bei ihnen von uns dass man das verbindet den Austausch über die Kunst herstellt vielleicht auch einen direkten Besuch das muss man dann sehen was da finanziell oder wie man das organisieren kann aber die Kunstwerke an beiden Orten zu zeigen wäre ein erster Schritt finde ich dass man das zu ausgewählten Thema vielleicht ein Thema zusammen entwickeln ein Konzept eine Idee wozu man hier arbeiten kann mit den deutschen Kindern und mit den ukrainischen Kindern und Jugendlichen und das in einer Ausstellung vielleicht durch die Städte reisen kann vielleicht das möglich der mögliche für für die für die 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 auf die 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 das ある die Und die Ausstellung, wenn ich mich jetzt nicht irre, war einmal im Allee-Center und dann in der Uni-Bibliothek. Genau, da gab es schon mal so eine. Ja, da gab es schon mal so eine. Ja, da gab es so eine Kooperation, wenn die Kinder, die Ihre Beziehung, so wie die Karten, die die Ukraine und die Kriege, und sie in der Unterrichtung in der Uni-Bibliothek. Das ist interessant. Ich verstehe, dass es jetzt nicht nur eine Kriege ist. Ich verstehe, dass es jetzt die Kriege mit der Ukraine und der Kriege ist. Ja, aber es ist nicht nur eine Thema der Kriege. Wir haben auf jeden Fall Millionen Arbeit. Mit Kindern und Kunst. Wir haben keine Art und Weise. Es gibt auch eine schöne Tanz-Kollektive. Es gibt auch sehr wunderschönige Musiker. Wir können auf jeden Fall eine andere Themen machen. Ja, die Thema der Kriege ist aktuell. Die Thema der Kriege ist gefährlich. Aber es ist nicht nur das, was die Ukraine zeigen kann. Ja, ich freue mich. Ich habe schon gesagt auch, dass Ukraine nicht nur Krieg ist. Oder man verbindet ja oft die Ukraine nur mit dem Krieg. Und das ist natürlich ja nicht so falsch. Normaler Ukraine. Genau. Ukraine ist nicht nur Krieg. Und man kann ein anderes Thema aussuchen. Das Thema, was bei der letzten Ausstellung war, die war natürlich sehr akut und sehr aktuell. Aber jetzt kann man sich ein anderes Thema aussuchen. Und es gibt auch ganz viele Tänzer und Gaidenspieler. Genau. Und dann haben wir auch eine sehr gute Möglichkeit, dass man vielleicht so auf dem Gebiet auch auf uns kommen. Das wären ja dann dieser Punkt Kinderkulturtage, wo wir dann solche Gruppen gerne einladen würden. Und da würden wir in Kontakt bleiben. Ja. Ich möchte ganz gerne jetzt noch zum Theater kommen. Und was wir eigentlich hier machen. Ja. Und dann würde ich an Herrn Werner übergeben. Was ist unser Profil? Und Frau Czemache, was macht eigentlich eine Dramaturgin? Wollte Oleg ja wissen. Genau. Und ich begrüße noch Frau Locker. Also noch eine Dramaturgin. Frauenkote. blir nicht verrückt. Ja. Es ist ja Woll. Das ist ja Woll. Das ist ja Woll. Wenn du mit dem Dramaturg zu sprechen, interessiert mich, ob es für den Kuchen-Teatren ist oder auch für den Kuchen-Teatren? Jetzt, die Kuchen-Teatren haben. Gut. Der Kuchen-Teatren ist für 60-jährige Teatren? 60 Jahre Teatren? Das ist so, dass es so ist. Und ich bin sicher, dass der Impuls für die Gründung des Magdeburger Puppenteaters vergleichbar ist mit dem Puppenteaters in Zaporozhe. Nämlich vor allem Sergei Obrassow, der das Puppenteater als Stadtteater-prinzip in Moskau in den 1920er Jahren begründet. Er sagt, dass der Puppenteater in Zaporozhe arbeitet wegen dem Prinzip von Sergei Obrassow von 1920er Jahren. Oder dass der Puppenteater der Puppenteater in diesem Jahr auch funktioniert, dass der Puppenteater in Zaporozhe auch so funktioniert? Nein. Nein. Okay. Okay. Also, wir werden jetzt nur noch in diesem Bereich sprechen. Wir werden jetzt nur in diesem Bereich sprechen. Aber es ist nicht in diesem Bereich. Wie lange hat er Puppenteater in Zaporozhe? Puppenteater in Zaporozhe, wenn ich in diesem Bereich gearbeitet habe, dann je mehr als 17 Jahre alt in dem Jahr. Ich habe das nur erzählt, um das Prinzip dieses Theater zu erweitern. Und zwar funktioniert es damals wie ein Stadttheater. Mit eigenen Werkstätten, eigener Verwaltung, eigenem Ensemble. Es ist ein Ensemble und auch ein Vorarbeit. Es ist eine Formik existierender Teatr. Es ist ein Entsammlung, dass es ein Entsammlung, ein Entsammlung, ein Entsammlung. Es ist eine Entsammlung. Ja, das ist ein Entsammlung. Das ist ja ein Abergottes. Ja, das ist ein Abstand. Aber ich denke, dass es in unserem Theater gibt, dass es in unserem Theater gibt, dass es in unserem Theater gibt. Es geht nur darum, dass das Popenteater in Saporizia und dass es auch kein Oblast-Theater gibt. Das heißt, es ist ein Landestheater. Ich verstehe, dass es in unserem Theater gibt, dass es in unserem Theater gibt, aber es gibt nur Kinder. Es gibt nur Kinder. Aber es hat sich im Laufe der Jahre auch das Erwachsene Publikum erschlossen. Und es ist heute so, dass im Jahr 50% unserer Besucher Erwachsene sind. Die Bilder auf den Wänden zeigen auch, dass es nicht unbedingt nur für Kinder ist. Das ist nicht so. Aber es ist eine erste Lirik für Kinder. Also sind wir ein Bekennungs-Kinder-Teater, das ist gar nicht die Frage. Ja, aber er sagt, dass die ersten Lirik für Kinder, das ist eigentlich nicht so, wie ein Kindertesheater, aber es ist nur eine Sorge. Ja, aber es ist eine Sorge. Es gibt auch die Sorge. Wir haben die Sorge. Wir produzieren sechs neue Institutionen, und wir haben zwei für Erwachsene und vier. Das gibt auch noch eine Verhältnis. Es gibt sechs neue Institutionen, die im Jahr, sechs neue Institutionen, das sind das für Kinder, sechs, fünf, 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 fünf. Das ist sehr sehr viel Produktivität. Ja. Es gibt sechs Monate vorhin. Ja. ... vier Jahre vorhin. ... vier Jahre vorhin, vier Jahre vorhin, die Kinder, die in der Jugendkonschule vorhin, vier Jahre vorhin. Moment, Moment. Wie ist es 440? Es sind nicht nur die Veranstaltungen, es sind auch kleine. Es ist nicht nur die Veranstaltungen. Es sind 440 Veranstaltungen. Frage. Wie viele Menschen sind? Das ist alles? Das ist alles? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7? 8? 8, 8. 8? 8? 6? 6 Jahre? Das ist toll. Ich weiß, ich habe das letzte Mal gesprochen, mit dem alten Regisseur der Kukolische Theater. Er ist schon sehr alt. Er hat 80 Jahre alt. Er hat gesagt, dass er aus der Kukolische Theater kam in 72. Es ist nur weil, dass in Ukraine keine Dramaturgs, die schreiben und schreiben für die Kinder Kukolische Theater. Das ist eine Probleme für die Ukraine. Es ist kein Problem. Wo ist er? Wo ist er? Also dann können wir gleich zum Thema Dramaturgen kommen, weil Frau Eschenka hat erzählt, sie hatte ein Gespräch mit einem Direktor? Der Glauben Regisseur? Achso. Haus Regisseur. Haus Regisseur, genau. In einem Theater, der dann mit 72 Jahren seine Karriere beendet hat und er hat gesagt, er wäre vielleicht noch länger geblieben, aber es gibt keine neuen Werke. Es fehlen Dramaturgen, die wirklich etwas Neues entwickeln und er findet das sozusagen langweilig, weil es werden die ganze Zeit die alten Stücke wieder gespielt und nach alten Muster sozusagen. Da wird nichts Neues, es fließt ja kein neues Blut oder so rein ins Theater. Da muss ich gleich mal dazwischenfragen, weil Dramaturg vermute ich, dass das Autor heißt oder das Autorschach auch dahinter steckt und es ist nicht zu verwechseln mit einem Dramaturg hier bei uns. Das sind wahrscheinlich Autoren. Dramaturgi, die bei uns, sind die, die Texte schreiben. Autoren, können Sie sagen. Irgendwann? Nein, nein. Aber bei ihnen ist das etwas anderes, das wir jetzt wissen. Okay. Das Prinzip, also erstmal A noch, wir entwickeln uns natürlich als Theaterprogramme in dem Alter. Das große Vorteil in Deutschland ist, dass wir zwei Hochschulen haben, an denen man Puppenspiel studieren kann. Значит, они развиваются, как театры, развиваются постоянно, потому что одной из самых положительных черт, как бы, в Германии, это то, что существуют две Hochschulen, да, это höchste образовательные заведения, в которых именно обучаются кукольному… Ну, понятно. Ja, ja, ja. Профессия кукольника. Профессия кукольника. Спасибо. Und außerdem gibt es natürlich auch einen gewissen Impuls auch zurück in die Theater, sich sozusagen an den zeitgenössischen Entwicklungen von Puppentheater formal zu orientieren. Inhaltlich ist es so, dass wir also in den seltensten Fällen, und das ist ein großer Unterschied auch zu Russland, ich bin auch immer wieder in Russland, ich bin immer wieder in der Ukraine, das ist ähnlich, dass es keine für Puppentheater ausgewiesene Theater-Literatur als Sprichstücke gibt, sondern wir entwickeln das, was wir auf die Bühne bringen mit den Regisseuren oder mit Beauftragten, Autoren immer neu. Ja. 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 Und in Deutschland gibt es eine große Sache, und ich glaube, dass es in Ukraine auch eine andere Problem ist, dass es nicht so ein понятиes, wie speziell geschrieben sind, für kukolische teatr. Ja. Uchtet ihr spezifische. Ja. Das ist natürlich, dass wir es so machen, dass wir es so machen können, dass wir es so machen können, dass wir es so machen können. Und die Aufgabe, ich so понимаю, der Dramaturg ist, dass wir es adaptieren. Ja. Vielen Dank. Es gibt ja dieses Theaterinstitut oder Institut des Theaters, wirklich, wie das, also das heißt so und da kann man alle diese Berufe lernen. Bei uns, bei uns, ja genau, ist es schon langsam bei uns, aber in Deutschland ist das so, dass man eine Hochschule das lernen kann, nicht unbedingt Hochschule nur für das Theater.